Ja, hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, heute habe ich ein neues Fußballquiz für euch. Und zwar, heute sollte ich für euch entscheiden, welchen Fußballtrainer ihr besser findet aus der Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A. Schreibt eure Favoriten in die Kommentare, dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, liebe Fußballfreunde, das war's für heute. Hat's euch Spaß gemacht? Schreibt eure Favoriten in die Kommentare. Welchen Trainer findet ihr am besten? Hier seht ihr gerade zwei Videovorschläge und eine Playlist von meinem Fußballkanal. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Und wenn euch das Video Spaß gemacht hat, könnt ihr auch gerne mit euren Freunden teilen. Dankeschön. Und nicht vergessen, Werners Fußballecke zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.